Die AfD und ihre Schwesterfraktion ABW, hier Archivbilder, haben erneut für Aufsehen gesorgt. Diesmal mit dem Antrag auf eine Enquete-Kommission, also einer Kommission mit externen Experten zum Thema Islamismus. Darin soll es um die Themen Bedrohung durch Islamismus, Scharia-Recht, organisierte Kriminalität und Einfluss fremder Staaten gehen. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte dazu, die AfD instrumentalisiere auf skrupellose Weise ihre Doppelkonstellation. Dieser beispiellose Missbrauch müsse ein Ende finden. SPD-Vizechefin Leni Breymeyer twitterte, entweder zerlege sich die AfD im Ländle selbst oder sie benutze den Landtag für ihre Islamfeindlichkeit. Das sei billig und durchschaubar. Kritik auch von den Grünen, es sei ein unwürdiges Hütchenspiel mit demokratischen Spielregeln.